hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute ist mal wieder das Spiel Aurora Legend HFK RPG das Handyspiel, das haben wir jetzt mal spielen, das haben wir gestern schon gespielt, wollte ich schon sagen dann mal schauen wie es da weiter geht, ich habe da nicht mehr weiter mit gespielt gehabt weil ich noch so viel anderes vorhatte, naja, viele andere Spiele gespielt habe und deswegen schauen wie es da weiter geht da lädt jetzt und lädt und lädt, seht ihr ja, und jetzt müsste es losgehen ok, Spiel betreten Gilde gründen ab Level 15, ich bin Level 14 ok, da ist ein roter Punkt, da muss ich was machen oder nicht eine E-Mail kurz einfordern, Mission war wahrscheinlich noch von gestern, was ich noch nicht abgeholt habe da leuchtet es noch, ach, nach unten Taverne 210 ok 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 erstmal ausrüsten Gold 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 braucht man immer naja, wenn es nicht brauchen würde, dann wäre es auch nicht hier ok ok oh, ich kämpfe gegen Tropfen Wie unfair. Da ist ja ein Baum, sehe ich gerade. Ich kämpfe gegen einen Baum. Oh, das wird jetzt aber... ...ein Schatz gefunden. Mit Nehmen. Los, mach die Tropfen fertig. Der Schlag ist richtig heftig. Ein Pilz. Ein Pilz. Jetzt ist noch ein Pilz. Ich habe hier ein Pilz. Ich kenne die Flas. So, ich glaube, das war jetzt alles. Mehr kann ich hier nicht erkunden. Mehr. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, okay. Ach so, ich lass mal viel, viel stärker und was ist mit der hier, warum kämpft die noch nicht mit? Dann können wir jetzt mal kurz gucken. Ultimatives Erwachen, was ist das? Keine Ahnung. Museum. Ah, da kriegste Sachen, wenn du die Helden hast. Ich hab noch hier was. Weißt du, so wie Inventar, was für einen du hast wahrscheinlich? Geht ab Level 60, ab 15, Anfrage, Entzufügen, Blacklist, okay. Ab 40, ab Level 15, Level 15, Level 15. Hmm. Nächster Kampf. Na gut, dann gehen wir da hin. Laden. Okay, auf Missionen. Oh. Legendäre Diner. Okay. Formation. Bosskampf. Oh, die hat Scharfschützengehirr. Nice, nice. So, dann gehe ich nochmal auf Charakter. Die sind vergeben, dann nehmen wir den. Laden. Da leuchtet er noch. Taverne leuchtet wieder. Ah, da ist noch ein freier Recruit. Recruit. Okay. Events leuchtet. Events leuchtet. Da war grad was. Da. So, das war alles. Jetzt bin ich Level 15. Jetzt gehe ich auf Gilde. Hier. Schnell beitreten. Gilde gründen. Nochmal. Gilde gründen. Wir schalten, wenn der Spieler Mission Level 10 erreicht. Hmm. Ich bin. Missions Level 3. Oder? Das würde ich jetzt sowieso nicht so schnell schaffen. Ich gehe einfach mal in einer Gilde rein. Schnell beitreten. Da. Ach, ich muss nur warten. So ein Mist. Ich dachte, ich könnte mir jetzt mal kurz angucken, wie es da in der Gilde aussieht. Was man da machen kann mit der Gilde. Ob die Gilde auch sinnvoll ist oder nicht. Weil es gibt ja so Spiele, da ist eine Gilde gar nicht so sinnvoll. Kann zwar eintreten, aber bringt die ja nicht wirklich was. Aus. Ich wollte aber jetzt allerdings noch einmal kurz. Hmm. Aufstieg bei den Einstellungen schauen. Wo man die Charaktere. Ach, da Formation war das. Okay, Sunny muss dabei sein. Ach, da Formation war das. 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 1453 1453 1453 1553 Also das ist eigentlich mein stärkstes Deck würde ich jetzt mal so sagen 512 600 235 Die habe ich doch Also die Scharfschützen ist die schlechteste Na gut Jetzt haben wir das erstmal durchgespielt Meine Quest ist auch schon fertig Dann werde ich jetzt mein Ticket abholen Ticket abholen Einlösen Warum springt der mal gleich hier rüber Achso ich kann auch gar nicht schauen Ich habe 7 Tickets Morgen werde ich sehen Ob ich was gewonnen habe Oder nicht Also das war es dann für heute Ich hoffe ihr hattet Spaß Ich würde mich freuen wenn ihr mal mit mir dabei seid Bis dann viel Spaß Und auf Wiedersehen Tschüss Ciao Vielen Dank.